Herzlich Willkommen bei der neuen Sendung Holztv Wir sind hier in Mölin und wir zeigen euch etwas ganz Interessantes mit Marco, der seinen Tisch am zusammenbauen ist. Nein, hör nicht auf! Und jetzt! Jetzt wieder umdrehen und er steht! Ja, er steht jetzt! Er steht hier tatsächlich! Genau, und dazu gibt es diese wunderbare Boxe, eine mit Gopro angeschrieben und auf der anderen kommt ein Appenkleber auf, wie ich gehört habe. Und ja, das ist eine super starke Macher und ich kann alle zusammenlaufen, weil einfach nichts da drin ist. Wieso machst du das für falsche Seiten? Bist du blöd? Das kann man nicht mehr wegnehmen. Und da ist tatsächlich nicht viel drin, noch billiges Zeug, so eine grusige 2x2-Pixel-Bildschirme. Eine Fernbedienung für sein Nattel, weil er halt alt ist, um den modernen Touchscreens zu bedienen. Und das Auto, das ist nicht mehr so... Nicht mehr, nicht mehr... Die Ältere, die können das nicht mehr. Also, dann hatten wir hier zwei Flügel-Propeller meine ich. Die sind für das Auto. Die werden hier vorne direkt an den Rädern montiert, damit das Auto davonfliegen kann. Und dann kann man nämlich... Das ist eben cooler, als auf dem Wasser surfen mit dem Auto. Also, so ein Wasserschiff-Misch. Man kann fliegen, genau. Da wird jetzt gerade montiert. Das eine Modul wird ausprobiert. Hör auf. Ja, so ein Modul besteht immer aus vier Propeller. Und äh... Das hat Windows XP, wie man da jetzt nicht unschwer erkennen kann. Und Windows XP, sonst ist es halt wirklich eine alte... Das sind halt eben die alten Leute. Die wissen nicht, was gut ist. Und äh... Darum ist es jetzt halt XP. Und auch so riesen Batterien dazu, oder? Ich mein, heutzutage wissen wir alle, die AAA-Batterien sind natürlich viel kleiner und viel praktischer, aber nein. Nein, alt und bewährt ist hier die Devise, genau. Und natürlich auch spannende... Entspannende People. Ja, oder? Ich mein, die älteren Leute sind halt schwerhörig. Da muss man schon etwas Lautes haben. Ja, also komm, mach halt nochmal, wenn da so ein Schaft drauf ist. So. Ja, so klingt das, oder? Wie man gehört, laut. Und äh... Auf. Nein. Und was fehlt noch? Was fehlt noch? Wir haben ein Auto, wir haben vier Propeller und wir haben so einen geilen Tisch. Was fehlt noch? Genau. Was haben wir denn da noch? Genau. Die Mini-Pix-Feder. Hmmm. Und Apfelkeit. Aber mach nichts. So muss das sein. Genau. Live aus HolzTV in Berlin, Dramatang. Ja. Ja.